Und jeder Mensch ist online. Also wenn du einen Menschen hast, der generell nie online ist, dann stimmt mit dem was nicht. Ja, also selbst meine Großmutter ist online und hat ein Handy und ein Smartphone und hat WhatsApp und so weiter. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der A&M. Ich heiße dich wieder willkommen zu einem spannenden Thema, denn heute geht es wieder um das Thema Social Media und welche Vorteile du eigentlich davon hast in Bezug auf Mitarbeiter- und Fachkräftegewinnung. Und ich spreche da heute wieder mit dem Alex Thieme drüber und ich würde sagen, legen wir einfach mal los. Ja, Alex, ich habe in den letzten Wochen häufig mit Fachfirmen und Inhabern von Fachfirmen gesprochen, die mir gesagt haben, ey, seitdem ich hier aktiv bin auf Social Media, melden sich auf einmal Leute, melden sich auf einmal ehemalige Leute, mit denen ich die Ausbildung damals gemacht habe und sagen hier, ich habe gesehen, du bist hier aktiv, was genau, worum geht es denn bei deiner Stelle? Und das ist ein Effekt, ich weiß nicht, ob du den auch so beobachtet hast. Den finde ich sehr, sehr spannend, denn letztendlich merkt man daran mal so diese Kraft und diese Power von Social Media eigentlich. Ja, man muss vielleicht eine Sache noch vorweg sagen, was heißt eigentlich aktiv sein? Also wir haben mittlerweile schon sehr viele Unternehmen erlebt, die zu uns gekommen sind, die sich schon seit Monaten damit gequält haben, alle paar Tage irgendwas zu posten. Also irgendwelche, die Leute auf der Baustelle, die haben ja gesagt jetzt mal gezwungen, haben irgendwelche Fotos zu machen, die mir schlecht als Recht aussahen und dann mit Qual irgendeinen Text zusammengeschrieben haben. Und selbst wenn es denen Spaß macht, der Effekt ist halt da sehr gering. Also wir reden, wenn wir jetzt von Social Media reden oder generell von Sichtbarkeit reden, immer von bezahlter Sichtbarkeit, weil die einfach viel, viel effektiver ist als unbezahlt, also faktisch gesehen. Genau. Ja, also vielleicht nochmal zur Erläuterung. Also es gibt ja auf den Plattformen gibt es ja einmal die Möglichkeit, dass du da selber so eine Art Posting erstellst. Das kennst du mit Sicherheit, hast du schon mal gesehen. Viele Leute haben dann da immer irgendwie früher auch den Impuls gespürt, irgendwie ihr Essen zu posten und so weiter. Das kennt man ja von Social Media. Das wollen wir natürlich nicht machen und darum geht es auch überhaupt nicht. Sondern es geht eben darum, sichtbar zu sein. Und das Ganze kann man sich eben ein bisschen einfacher machen und sich auch abnehmen lassen, indem man einfach ein paar Euro sozusagen da reinsteckt, dass man eben ausgespielt wird auf den Plattformen. Und dann ist man quasi, dann hat man wie so einen Helfer dabei, der dieses Posten quasi von alleine macht. Sodass man halt immer verschiedene Botschaften und so weiter im Markt und in den sozialen Medien halt drin hat, ohne dass man aber eben da die ganze Zeit wie ein Weltmeister selber posten muss. Ja, genau. Und was wir dann merken, was Marvin auch gesagt hat, dadurch, dass halt die, dadurch auch Leute angesprochen werden, die einen vielleicht schon mal kennen, aber auch viele Leute, die den natürlich noch nicht kennen, hat man dann solche Effekte. Das ist halt sehr interessant, weil das ist locker bei sozusagen ein Viertel, ein Drittel der Leute, der Partner von uns. So, dass, wenn sie dann die Person einstellen, dann oftmals rauskommt, die Person hat sich gar nicht direkt über den eigentlich vorgesehenen Weg gemeldet, sondern die hat das Unternehmen gesehen, mehrmals gesehen, kannte das auch schon, wusste aber zum Beispiel nicht, dass die suchen. Oder hatte die mental einfach nicht verfügbar gerade und hat sich dann einfach gemeldet. Ja, genau. Also, weil es gibt da zwei Möglichkeiten. Einmal, was wir ja machen mit unseren Partnerbetrieben, ist eben, dass wir so eine Art Schnellbewerbung eben vorgeben, wo man eben draufklicken kann und die Leute sich dann bewerben können. Ja. Und das ist natürlich der schnellere Weg für alle eigentlich. Ja. Aber häufig ist es auch einfach so, dass die Firmen dann so präsent sind im Internet, dass dann ehemalige Schulfreunde anrufen per Telefon und sagen, ey, ich habe dich hier im Internet gesehen, ich habe gesehen, du hast ja ausgeschrieben, worum geht es denn da genau, ne? Oder auch einfach Leute, die das sehen, die rufen dann einfach direkt an und sagen, hier, ich habe euch gesehen, ich würde mich hier gerne bewerben und so weiter. Das heißt, da ist einfach eine sehr, sehr große Resonanz dann, wenn man auf einmal sichtbar ist, ne? Ja, genau. Und wenn, das muss man vielleicht auch mal unterscheiden, wenn wir von Social Media reden, es geht ja nicht nur um Facebook, Instagram, TikTok oder sowas, ne? Es geht ja um jede Plattform, wo man online sein kann, ne? Also, immer als Beispiel, und das ist halt, weil viele sagen immer, ja, aber meine Mitarbeiter, die ich brauche, die sind ja gar nicht da. Und ich meine, die Leute, wenn ich meine Mitarbeiter gefragt habe, die waren ja nie auf den Plattformen unterwegs, ne? Also, da findet man keine guten Mitarbeiter. Das ist ja ein ganz großer Irrglaube, weil Internet ist ja nicht nur, ich sage es mal, Facebook und Instagram. Ja. Es geht ja viel weiter, ne? Es gibt eBay-Kleinanzeigen, es gibt eBay natürlich, es gibt diverse Zeitungen, Nachrichtenportale, die alle online sind, wo man über Werbung schalten kann, theoretisch. Und wenn man da wirklich mal überlegt, auch die Leute, die man selber jetzt als Angestellter hat, die sind online, die sind vielleicht nicht auf Instagram oder Facebook, die sind auf anderen Kanälen, ne? Es wird später sogar so, dass man auf WhatsApp Werbung schalten kann. Auch das ist sicherlich für die nächsten Jahre geplant. Ja. Sowieso frage ich mich, warum das noch nicht passiert ist. Aber wenn das passiert ist, dann kannst du ja selber ausrechnen. Dann wird man sehr, sehr, also man kann faktisch die Leute, wenn sie online sind, dann immer erreichen. Ja. Also, du kennst das ja selber, ne? Letztendlich, jeder hat irgendwie ein Smartphone. Ja. Und jeder ist irgendwie tagsüber da auf irgendwelchen Internetseiten oder in irgendwelchen Apps und so weiter. Und eigentlich jeder, der ein Smartphone hat, den können wir auch erreichen, ne? Und das heißt nicht, dass du jetzt unbedingt auf Facebook und Instagram unterwegs sein musst oder irgendwie der große Social-Media-Freak, sondern letztendlich kriegen wir sie alle. Nein. Ja. Also, ja, es ist am Ende so. Klar. Und jeder Mensch ist online. Also, wenn du einen Menschen hast, der generell nie online ist, dann stimmt mit dem was nicht. Also, selbst meine Großmutter ist online und hat ein Handy und hat ein Smartphone und hat WhatsApp und so weiter und ist auch online. Die sind vielleicht auf anderen Seiten, die wir jetzt unterwegs, aber die sind unter anderem unterwegs und es ist egal, wo sie sind. Ja. Wichtig ist, wer es ist. Genau, also, Kernbotschaft von diesem Video ist eigentlich, dass wir dir einfach mal aufzeigen wollen, dass es eben wichtig ist, wir nennen das immer, mental verfügbar zu sein für deine Zielgruppe. Also, jetzt ja im speziellen Fall auch zum Thema Fachkräfte, dass du eben immer da bist und auch wenn dann ein Kollege oder ein Mitarbeiter oder eine Fachkraft mal einen schlechten Tag hat und mal nicht so happy ist mit ihrem Job in dem Moment, dann musst du halt mental ganz oben verfügbar sein, dass die Person weiß, ah, hier, der Michael, der hat doch ausgeschrieben, das habe ich doch noch im Hinterkopf gehabt, da melde ich mich jetzt einfach mal. Und dann geht er vielleicht nochmal auf die Webseite und ruft dich an oder geht in seinem Handy und unter seinen Kontakten und ruft dich dort an. Und so läuft das am Ende. Und man muss einfach letztendlich wie zum Beispiel eine große Marke, kann man das schaffen, wie zum Beispiel Coca-Cola. Die schaffen es auch immer, dass sie mental verfügbar sind. So musst du als Arbeitgeber auch immer mental verfügbar sein, dass du eben, wenn da ein Moment kommt, wo ich Bock auf ein Erfrischungsgetränk habe und ich gehe, ja, ich kann in jedem x-beliebigen Land auf der Welt, kann ich in einen Kiosk gehen oder in ein Restaurant und sagen, ich hätte gerne eine Cola und dann bekomme ich die. Und diese einmalige Chance, die haben wir jetzt auch mit Social Media, dass wir eben so hoch mental verfügbar sein können in unserer Region natürlich dann, dass alle Leute wissen, dass wir ausschreiben, dass alle Leute wissen, dass wir suchen, dass alle Leute wissen, dass wir ein cooler Arbeitgeber sind und das ist eben das Wichtige, was wir da erreichen wollen. Genau. Das ist doch, denke ich, ein gutes Wort zum Schluss. Genau. Dann, ja, wenn dir das Video gefallen hat oder du auch Fragen dazu hast, dann schreib das gerne in die Kommentare. Da antworten wir auch persönlich immer auf deine Fragen oder auch auf Anmerkungen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns gerne auch einen Daumen hoch. Das zeigt uns natürlich, dass diese Themen gut ankommen. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.